Gedanke 3. Integration und Vernetzung in digitalen Pressemappen Die Möglichkeiten der digitalen Welt erlauben es, dass Pressemappen nicht mehr isoliert stehen, sondern Teil eines größeren Netzwerks werden. Durch die Integration von interaktiven Elementen und Vernetzungen können digitale Pressemappen zu einem Portal werden, das weiterführende Pfade zu vertieften Informationen bietet. Erweiterte Zugänglichkeit durch Links und Netzwerke Durch das Einbetten von Hyperlinks innerhalb der digitalen Pressemappe können Leser direkt zu weiterführenden Artikeln, Datenbanken oder sogar Diskussionsforen geleitet werden. Diese Form der direkten Vernetzung erhöht nicht nur die Zugänglichkeit, sondern auch die Interaktivität der Inhalte, was die Engagementrate signifikant steigern kann. Beispiel Eine Umweltorganisation veröffentlicht eine Pressemappe zu einem neuen Nachhaltigkeitsbericht. Innerhalb der Pressemappe befinden sich Links zu wissenschaftlichen Studien, interaktiven Klimakarten und Interviews mit Experten. Diese vernetzte Struktur ermöglicht es Lesern, ein umfassendes Verständnis des Themas zu entwickeln und eigene Recherchen anzustoßen. Nahtlose Integration sozialer Medien Die Einbindung von Social Media Feeds direkt in die digitale Pressemappe ermöglicht es Unternehmen und Organisationen in Echtzeit zu kommunizieren. Aktuelle Tweets, Facebook-Posts oder Instagram-Stories können eingebettet werden, um die Diskussionen rund um die veröffentlichten Inhalte zu bereichern und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Beispiel Ein Start-up im Technologiebereich nutzt seine digitale Pressemappe, um die neuesten Updates über Produktentwicklungen oder Ereignisse via Twitter-Feed zu teilen. Dies hält die Zielgruppen informiert und fördert gleichzeitig die Interaktion auf der Plattform. Automatisierte Updates und dynamische Inhalte Moderne digitale Pressemappen können so gestaltet werden, dass sie automatisch aktualisierte Inhalte anzeigen. Dies kann durch eingebettete Widegets oder APIs erreicht werden, die Echtzeitinformationen wie Börsenkurse, Wetterdaten oder Nachrichtenfeeds integrieren. Beispiel Ein Finanzdienstleister bietet in seiner digitalen Pressemappe ein Wideget, das die aktuellen Börsenkurse seiner Hauptinvestitionen anzeigt. Dies bietet Investoren die Möglichkeit, die Marktdynamik zu verfolgen und ihre Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Daten zu treffen. Die digitale Pressemappe hat sich von einem statischen Dokument zu einem interaktiven und vernetzten Erlebnis entwickelt. Ihre Fähigkeit, Leser mit einer Vielzahl von Ressourcen zu verbinden, macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen Kommunikationslandschaft. Durch die fortlaufende Integration neuer Technologien und Plattformen wird die digitale Pressemappe weiterhin eine zentrale Rolle in der strategischen Kommunikation spielen.